Hallo, Tidisano hier. Zwei Raids, zweimal dunkle Stunden, eine ganze Menge bekloppte Leute am Start und ja, einiges an vorprogrammiertem Chaos, aber sehr viel Spaß. Wenn ihr Bock habt auf hier zwei Läufe, die ganz besonders sind, dann wünsche ich euch damit viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo-Like da, schaut gerne bei mir auf dem Discord und auf Twitch vorbei, schaut auch mal gerne bei Shoot2Loot und bei Nerd&Hane vorbei und jetzt viel Spaß mit dem Chaos. Hör mal los. Ja. Ready. Ready to go. Unafraid, Soma. Oh, Hane, halt deine Fresse, Mann, ey. Da bin ich raus. An Eternity later. So, wie ein Haken jetzt hier? Jura, wenn du noch einmal schlürfst, du, Hala. Ich guck mir mehr. Shoot hab ich. War das nicht so, das war das nicht so im letzten Raid, wo wir zusammengelaufen sind? Ja. Und das ist, was du nicht derjenige, der gerade Zeit getrunken hat? Ja, vielleicht. So ist das geil, ASMR, du für Hane. Genau, richtig. Ich bin jetzt all. So, okay. Der Shoot hat gesagt, er hat nur eine Stunde. Untergruppe 1 links, Untergruppe 2 rechts. So hab ich ja beigebracht bekommen. Ja. Also fein. Hab ich fein gemacht, gell? Daran kann ich mich erinnern. Ja, Hane, Hane rettet alles. Ich hab gar nichts bei Jürgen gebracht bekommen. Das ist schlecht. Korrekt, aber. Einfach rein, alles umknüppeln. Ich hab mir noch ja nicht umgezogen. Hoch noch. Gut, nach rechts mit dir. So. Wollte einfach losrennen, oder wollt ihr euch noch? Vergehen die schon hoch? Okay, ne. Das Spiel geht schon hoch. Das ist vollkommen egal. Einfach drauf. Ohne Kopf. Ohne Kopf. Einfach, einfach. Los drauf da. Einfach weg. Wir machen alles umgut. Ja, okay. Weg kommen wir auch gucken, was ihr so treibt. Urban Dynamics danke dir! Was, du hast was? Die Binde mit drei Punkten. Was für unsere Lieblingsbinde ist das. Ich hab mal eben in der Dark Zone auch an. So, danke, du hast das Biss, mein Lieber. Danke, Schuss. Schmeckt die Richtung? Jetzt werde ich hier dann fragen, ob ihr das Bisschen schmeckt. Deine sexy Stimme. What the fuck? Oh, my the fuck. Ich nehme meine sexy Stimme, sonst wo hinstecken, wenn ich das. Aber ich treffe alles außer euer Gegner. Das ist auch immer so. Ist gut, ne? Das ist so, haben wir auch angefangen, Schutt. Die Wild, die man dich namenskriegen, auch gerade auf 40 Schutt. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, aus der Schnabeltasse. Aus der Schnabeltasse. Ja, ja, ja. Irgend so ein Roboter läuft vor mir, was muss man machen? Boxen, Boxen. Da muss den Schraubenschlüssel rausholen. Da braucht du Lebensenergie brauchst auf deine Waffe. Was? Scheiße, er ist tot. Der war nicht. Haha, frienden ist geil. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Vertrauen habe, äh, Vertrauen haben darf in eure Aussagen. Weil ich jetzt sehe es einfach klänkisches Versagen. So muss das sein. Vielleicht ist der da und sehe ich noch von hier. Lacki sagt, Dani ist gleich da und sehe ich von hier. Nein. Sieht wieder hässlich aus. Nein, nein, nein. Ich habe mich extra beeilt, nur um den, äh, Ladebalken-Screen. Oh! Ladebalken-Screen. 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 4, 4 in die Mitte. Aber die Sane macht okay. Ja. 4 in die Mitte. 4 in die Mitte. 2 in die Mitte. 2 in die Mitte. Ich hatte doch keine Ahnung. Wir machen das Allschool-Screen. Allschool. 2 in die Mitte. 2 in die Mitte. 2 in die Mitte. So, einer Burger. Rest auf dem Boden. 1 Donut. 1 40. Jaja auf jeden Fall. Just Bidos. Ich mache Burger. Später. Ich mache mir jetzt, ich mache mir einen Snickers. Snickers. Du ist Gurke blärt. Du ist Gurke blärt. Was? Ich stecke dir gleich Gurke rein. Du isst Gurke. Du hältst im Maul. Ich bin beim Admiral Burger. Nörd, dann habe ich gesehen. Bei 43, 44. Nörd, immer wenn du hungrig bist, wirst du zum Spießer. Sieh hier, so ist das. Weißt du, damals hast du Rasplinis gemacht. Die waren grauen. Wenn du da den Boomer nimmst, will Gott eure Seele gnädig sein. Können wir jetzt wegschieben? Hey, guck mal. Was, die am abdrücken sind da. Was ist da los bei dem Chat? Der Donut ist nach keiner. Das ist logisch. Regeln nicht mal klar da. Ja, ich geh zu Donut jetzt. Moderator. Moderator, genau. Hashtag Bamm von live. So siehst du auch alles, Hannah. So siehst du auch alles. Daniel, alles voll normal. Ja, ist so. Wirklich so. Was ist das? Er sagt nur, ich habe nicht geschießt. Die schießen schon. Gut. Hannah hat da gar nicht drauf. Was, was wird Prima an? Ich bin ja mal gespannt, was das wird. Chaos. Spielt jemand hier an? Nein, er fährt hin vom Donut zum Burger rüber. Gut. Aber Spieler, Hitler spielt keine Art. Ach so. Spieler hier spielen sollen. Das wäre viel einfacher gewesen, glaube ich. Ja. Komm, Digga. Oh, doch. Digi, digi, digi. Ich habe euch mal machen lassen. Nein. Machen lassen, ja. Oh. Ja. Oh, ich habe eine Drohne hier. Ja. Verfolgt mich. Ja. Let's go. Bereit machen. Wir machen die Spiele, weißt du. Wer bin ich? Damage. 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 Let's go. Are you ready? Prost aus. Nein, das ist falsch. Nicht Prost aus. Mach mal die Botseiten weg. Ja, da fühle ich das ja anders. Oh, die Sander hat das Auge. Damage. 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 Du bist damage. Machen die Brust kaputt. Bereit machen. Damage. 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 Da du bist damage. Ich krieg aber, nein, nein, nein. Ich krieg aber. Je 1995. Ihr müsst ihr einen Weg machen. Jetzt probiert Alicomanz jetzt aus, oder was. Ah, guck mal wie viele Wider wir hier mal hingeschmissen worden sind. ja ich bin bin dran bin dran ich krieg da auch wieder achtung muss mir aufheben alles gut achtung der mitsch der mitsch er kriegt von hinten war das was ich hab wieder alles außer c ich mache ich bin da und achte ich muss damit machen machen wir mal ja muss noch einmal ziehen und dauernd nicht so das dauert zu lang jetzt fertig alle hast du post ausmachen schlüpfe nicht schmeckt nicht schmeckt einfach mal weg hier ist da mal nach der matschen hatte gerade was endlich da hinten noch ich muss den schrott sortieren bei mir nicht mal so mal so oder keine art war neustart genau da war man nicht meine schuld mit vernichten achtungen achtung alles auf jeden fall schlüssel nicht vergessen ja keiner ja ich weiß das ich hab's nur gesagt das ist einmal passiert einmal stimmt das war der erste laufung wer belästigt in dem bot hier ja richtig richtig Sven rastet komplett aussehen mit dem bot ja Sven hat den nadebot hier ausgetestet macht ihr jetzt eine die türe auf so ja mache ich drückt ihn dagegen bitte ja sie sind dabei die schlüssel nicht vergessen habe ich glaube ich denke ich gebe mir Mühe sie nicht zu vergessen okay ja ja also hier der Eckkinder ist schon mal der erste ne Achtung über Lidl an der Kass jetzt wieder anstahlen anstellen ach du bist voll mit schlüsseln schlüssel zu loot jetzt machen wir unter gruppe unter gruppe 1 geht bei b und unter gruppe 2 geht bei a runter da geht nur einer hin ja sieben gelingt einer gibt es nicht anders machen was auch lass uns mal eben ich mich und hane machen was du du und hane auf a ja wir machen das alle gehen links und der hane geht richtig geschütze eingesetzt wir machen halt ein bisschen an der old school ja ja und wo auch immer school als die schule für die alte menner linke seite bei dir linke seite bei dir hane ach du willst ja ich hab noch mich macht doch mit hane bist du hane oder was da habe ich dran ja 321 n go wir sind bei den speedrun pro einmal den schnuckligen hier rausschießen alle und alles schönes hier war kämpfen hier könnt ruhig schub klang könnt ihr ruhig herkommen seid ihr echt monsters hier verstehen verstand sind alle davon ich kann nicht gerne haben möchte hier bei mir ich habe keine ahnung wofür mal anklärt ich habe eine zuerst drauf sie 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 schuld klang und ich wir sind schön hier hinten das ist die stille pausse die sie 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 weasel ja der hund macht mit ja ist ja noch ja ist ja noch ja 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 ich habe ehrlichste angeschossen machen so jetzt den dicken elisa geweck das das auge verpiss ich jetzt habe ich das auge jetzt 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 ich muss echt zugeben da sind unsere ich stehe da immer noch versuch sie zu holen zwei minuten ist schon ja thomas ist vielleicht beim nächsten mal früher sowas schreiben oder anmelden haben wir beim letzten stream darüber gesprochen und heute ja auf youtube geschrieben den anhänger braucht ihr kinder mehr oder alle sind angehängt da kommt sie hoch war gerade das liegt am alter wahrscheinlich würde ich sagen um sie und schon zu weit durch und drüber und ach und weh ich komme ja unter schuld liegt gleich jetzt mit ansage ich kann mich nicht mal mehr umziehen gerade gerade in hiel geben das habe es aber gelassen er kann nur videos er steht auf speedrun ich muss ich muss so lachen der typ ist dann öffentlich ja ja als der der typ ist das beste beispiel dafür mit dem ganzen content creation kram und mit ganz falsch läuft ohne scheiß ich mache halt hinten der zeit alleine ok deswegen muss er doch mitgenommen worden dass du so für 323 spieler spielst ich habe schon ich habe schon ja pfefferminz die regel oh nein doch nicht kurz schuhe zu machen hast du mit oder ohne schuss heute da wird nichts geschossen da stand noch jener wann laufen wir den raid wir finden auch wir finden auch eine zeit kamikaze wir finden auf jeden fall mal zeit da bin wir noch meinen scheiß heiler an den wickler haben hier einen known issues post bei twitter einfach gelöscht wobei den anderen schlüssel noch nicht hat muss noch mal eine etage zurückgehen ich will da nicht rein ich hab schon naja ihr seid da vorhin alle losgeparschelt jetzt hinten ist noch ein schlüssel wir sind doch gar keine etage höher mensch da vorne wo wir gerade hergekommen sind ja du musst aufpassen hannet ist auf goldene waage ich muss alles auf die goldwaage nicht auf die goldene waage ich wusste darauf habe ich nur gewartet er ist eine goldene goldwaage goldene goldwaage ich mach mal lieber schnell um oh mein gott ey richtig heftig du weißt ja hier versagt ich sowieso ohne motor der chef der bezahlt und so was in los 43 zuschauer 21 22 daumen seid ihr alle zu faul geworden aus der lose muss ich immer darauf hinweisen wenn ich mich nicht einfach gleich in der mitte legen also bei luci ist jetzt eh nach zwei drei so die bloß weil die da stehen heißt dass die anderen schießen das wisst ihr ja ich bin hier ich mag es auch nicht gleich naja da steht er schon da steht er schon nein 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 ja ja wo schieße ich hin da fehlt was da fehlt nichts oh gott ne wie jetzt weg nimm mal luci wieder ja mach mal hau buddy ne buddy uschi ja das ist das liegt das liegt daran dass die leute sind sehr gerne stream schauen und vergessen die daumen zu setzen ist bei mir aber auch öfters ich mache eigentlich mal gleich den daumen ja ich auch also ich auch aber bei der römer kann ich immer wieder keine art labiere wird man so aber weiße weg sprechen wir jetzt ein bisschen aus ja das wird das wissen für mich dann draußen ich dachte mir laufen sagt einfach von einerseits und drin genau auch eine lösung ist auch eine lösung vielen lieben dank für den follow dankeschön wer macht den jammer ich mache auch immer gerne ich bin auf drei gehen außen schlüssel ich gehe ich gehe ich habe ihn vergessen ich gehe vier außen vier außen drei auf drei auf macht er bitte erst mal das war die schlüssel mitgenommen ja jetzt kommt der jammer ist wo ist egal ich kann auch hier auch hier eigentlich spiel 44 also auf der einsprache wir dann eben mit granatwerfer zwei und drei mit bogen und granate wer will ich bin jetzt alt was los jetzt wieso bist du 40 geworden also stich ins messer ja wenn es so funktionieren würde wie mit der butter durchs messer ja gehen wir jetzt haben wir jetzt überall granatenwerfer und 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 ding jetzt haben wir jetzt nein zwei und drei fehlt noch ein stich mit dem herzen durchmesser ja das ist halt passiert manchmal also so wir brauchen für zwei eine der granaten schmeißt und einen der bolzen reinknallt für drei oder andersherum könnt ihr machen spielen und dann noch auf drei bolzen spielen das geht dann gehe ich auf die zwei mit bogen dann kann einer auf drei gehen mit ich dachte machst halt mal was neues dann kann jemand auf drei dann mit ich hätte schon mal erklärt das ist sehr schwer kunst zu konzentrieren sich auf streamen dann auf deine fresse sich konzentrieren auf deinen hyperventilieren der jimmy schreibt happy birthday nacht wirklich alles da danke 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 so sind wir dann soweit müssen wir noch mal kurze weise weiten oder so ja ich habe jetzt auch drei dank ich weiß auch nicht wo ich stehe aber alles gut ich glaube hana wird dann nach innen gehen dann auf drei es am arsch raus kommt schon die verplampaniert hier doch auch eine puppe reinzuschießen mensch wenn dann hübsch ja ja so jetzt kommt einmal rein einmal weiten meine güte stehen da und schießen sie gegenseitig an was das wollen aber cool was das triggert das triggert dort unten keinen gestern standen bloß blöde rum und wurden getriggert war auch cool ich dann schmeißt die wieder blöde weg ist mit euch kaputt wer hat dann weder belieber hingeworfen jetzt bei mir ich nicht naja du hast sie dahingestellt neben nein ich habe die weg geschmissen ich habe ihn abgebrochen habe dann hat er bei dir weiter gemacht machen wir das machen wir das dann auch wieder somit erst alle nach vorne und dann nach hinten da wo der jammer ist wird vorbereitet und da wo kein jammer es wird aufgeschossen und wir spielen andersrum aber keine zwölf runden bitte hatte keine zwölf runden sind das sind nur drei vier 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 runden sind ja hinten kann ich sagen 300 komisch ja wenn man es bloß bis zur dritten runde schafft dann ist komisch wenn du bis zur dritten runde schon geschafft hast dann ist das komisch dann hast du gecheatet so haben wir jetzt alle bolzen haben wir alle alles was wir brauchen hatte ich vorher schon dann lass uns klären wir aber mal runter auf die position nehmen wir klappen mit kühlen erstmal bei jetzt ja lass uns das mal gleich aufteilen wenn wir gleich alle gelegt haben beruhig dich da so ich bin auf jeden fall die vier innen ja ich bin für außen ich bin eins ich bin eins ich wechsle immer vier und eins ja ja die sind immer hin ich habe dann nicht vier und eins schwäche habe ich schon wachen getroffen bisher nichts der aufteilung bei den schaltknaufe im auto will ich sehen bei drei ja doch vorwärtsgang rückwärtsgang aber keinen ersten gang und keinen vierten gang ja also wie war das aber direkt in den vierten schalten und dann würde ganz langsam anrollen so dann ist hane dann innen mit granat moment kurz mein telefon nein 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 einfach gemacht also dann elister elister ist außen western innen von euch beiden elister machst du bitte innen mit granate kann man du musst dir nicht damit sie nicht vorbereiten lady macht den bolzen wenn du die bolzen drin hast du die näht einfach reinschmeißen die die richtige granate warte tschuldigung ja spring gerade musste aus ich habe keine ahnung aber ich habe ein bisschen leiser gemacht was denn in der moment hat er kracht ob das hier schon leer ist ne ist ein bisschen leise doppelt hat er sich ein paar m und ms geholt oder so man knistert schon wieder hier los gestern hatten wir einen bei als ich dinge zusammengestellt wird pvp und gestern hatte einfach gummi bärchen gelutscht ja also wir machen wir machen für die ältere variante die entspannte variante in unserem clan machen wir so dass wir es hinten machen wo lion lady und hannes steht und schuhe steht alles vorbereiten und gleich direkt oben bin der mensch machen und das gleiche dann am nächsten mal vorne wo wir jetzt stehen also wo ich jetzt stehen das ist vorne für uns so gesehen und dann wiederholt noch mal hinten und dann noch mal vorne und wir warten wirklich die dicken ab wie starke glücker danke kultur gelegt haben danke dir so machen wir es damit das bisschen entspannter für die ältere version der spieler ist halt ne also rentner rentner ist egal der partner in der raid so let's go jetzt sind alle da sind alle so weit alles da ja du musst dann in der mitte wenn ich wenn ich sagt rein musste dann an diesen dingen und dann halt die nade vorbereiten die ich dir gesagt habe und dann sobald der bolzen explodiert ist und das grün leuchtet schneidest du genau nicht immer auf die dicken es tut mir leid mehr nicht jetzt wird feuerprobe ich bin schluss vergessen auch nicht vergessen die nade reinzuschmeißen so 3 3 2 1 rein let's go ich hoffe ich habe von ihnen und von hier noch nie den bolzen geschmissen ich hoffe ich schaffe das volatoren bereit von 1 2 3 er hat die neulinge natürlich oder hanatham auf bord schießen bereit machen sie müssen hier rumlaufen holzern ist drin nur noch den einen fährt noch geworfen ja aber das ist der fehler eine nähe und hält noch ich habe angebrochen ne nein die drohnen sind nicht weg naja weil die auch wieder da sind die drohen jetzt nach hinten sind weg nach hinten nach hinten nach hinten bitte bitte vorbereiten ja so lange mit dem 8 gewartet entschuldigung jetzt haben wir oben abrollen wenn der red für die fluss ist so wir haben uns getroffen sorry sehr schön jeder auf seinen platz jetzt liegt die seine steht wieder als wenn wir den nie gelaufen das ist nur so geil ein pokuschen von hinten richtig in hilfe in die pürzerin alle soweit bereit alle soweit bereit hier schreit in der antwort alle soweit bereit schnauze 3 2 1 und rein batterien batterien sind leer rollator muss aufgeladen werden jetzt vorne bitte 2 3 3 weggeflogen wir keine ahnung was wir reiten nach hin jetzt bitte die nade muss sitzen so lange können wir nicht warten ok zu spät holz und ist drin wenn wir auch kannst jetzt noch die nächsten nade jetzt jetzt nach vorne alle einmal gejammt nach vorne kommen bitte die drohen sind alle nach vorne bitte kommen keine schuld und line lady kommen nicht nach vorne wir haben sie dagegen entschieden der mitschens fehlen jetzt an der seite hier ich habe nicht gesagt mein fehler ihr seid vier leute da vorne ich bin da ich bin da ich bin da bei dir ich bin da bei dir ich bin da bei dir der dick ist weg ach so alles gut alles gut alles gut macht er keinen kopf alles gut klingelt nicht mehr bereit morgen kommt voll out oh ja ich freue mich auf die serie mega 2 1 und rein ich habe nicht genau gesehen wo die granate drin landet ja ja du kalt waren in diesem grünen kasten halten wo das freigeschaltet wird da muss das halt rein aber ist alles gut jetzt alle hinten war da bummer bank war da bummer wollten ist drin jetzt ist drin jetzt nicht hinten noch fällt noch jetzt jetzt alle dahinten jamme jamme jahre kommt die nach hinten ja ich konnte ich musste ich heilen sonst wäre ich weg gewesen ja die drohen wie sind die auer aber geht auch gut achso ein versetzter mörser versetzt ein bisschen später ja alle auf eure plätze müssen noch laufen pass auf ich habe das achtung jetzt kommt der mörser ich hatte du bist ziemlich leise bei die ich kaum kommt so kleinen hintern schießen entschieden nicht mehr jungen freulich ja ja hätte er sein können um gutes will 321 und rein und nur noch vorne jetzt wenn sie ein bisschen früher sitzen würde dann hätten wir weniger probleme mit drohnen gab ja alles gut ich bin ein hinweis halt daran halte ich würde ja echt gern mal mit euch die stunde laufen wieso wir sind zum fremden nach vorne alle ja mensch ich kann doch nicht wir tauschen nachher kann es ja wir sehen kannst du dich entspannen aber nicht aufpassen noch mal ja könnte noch mal der dicke kommen ja und die drohnen sind auch noch mal die zwei klar der nächsten lau mache ich nicht denn das ist eine früge da rein was du hast der letzte punch hat man das ist lieber gehen die zeit sieht herrlich chaotisch aus jetzt dass du das suchst dann kannst du das auch bekommen das ist alles für die community dann kannst du das auch bekommen wenn es vorne weh tut dann mal hinten aufhören ist so klubschie du kriegst du deinen Arsch voll wie geht's dir alles gut alter geh mir doch im Arsch ohhhh yo 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 was knapp Leute bin mein Arzt sky die sind doch ein bisschen am schlafen hier alle da hier hier ist der letzte schlüssel fuck you fuck you oh god oh god das ist schön wo ist alles geboren ne das sieht meine mutter anders was hab ich hier gekriegt was hab ich hier gekriegt hast du ha 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 kein Moment hat geklingelt das ist doch so für ne Fußhunde hey das ist Arbeit das Kira schimpft machst du da so spät arbeiten bei euch hä was macht ihr da so spät habt ihr noch Vorstellungen oder was so an unsere Neuling geht ihr soll am besten als erstes ziehen kein kleine Fußkopf ich oder small Olivier habe sie nicht schade schade so der nächste auch nicht Ne ich zee ein Ao zweimal wir sind damit gelöst nein jetzt drückt die drückt die daumen back to back genau ich habe ich es zieht sich wie ein verschissener faden durch mein ganzes dem ich habe aufgemacht war leider keine drin noch nicht dankeschön vielen dank danke mal lieber glückwunsch schreiben alle 60 zuschauer freut sich darüber dass er jetzt nicht bekommen hat du schaffst noch einen lauf oder was ist das ist das die holo träger die hingelegt hast ja ja da hat mir war auch kein anderer okay passt unsichtbarer hand ja ich habe die klein gemacht sorry geile komponente freunde habt ihr denn alle den dinge ist nicht gelesen den livestream titel ich dachte da irgendeiner spricht mich darauf an aber keiner meine güte es gibt ja keinen link bei apple ist war nun doch ja ich auf genug gibt gab es ja diese werbung weiß was du mal selber erzählt hat ist und keiner ließ das memo so dann ich würde sagen ich wechsel sonst spiele granatenwerfer spiele mir dann irgendwie in ungern der leute granatenwerfer spielen dann nehme ich mir ja nicht richtig jung du bist echt der beste jungen lage ewig hier ja jimmy braucht noch einer bei jimmy hat gerade auf playstation erst angefangen jimmy muss das mal halt stimmt nein wo ist der link es gibt kein link das von joker ja 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 der steht schon lange ja guck mal die ganzen müllte der hier hinterlassen da elister jetzt die edle alter träger bekommen hat haben wir noch die möglichkeiten noch ein lauf zu machen solange der schuld nur natürlich da ist ja ist denn noch jemand im stream der noch eine also noch adler träger nicht hat und nein gerne haben würde weil wir haben noch einen drin der kann noch gerne auch drin bleiben wie gesagt ich habe noch habt ihr noch schlüssel jungs ich kann noch also ich kann gleich noch einmal aufmachen ja okay ich kann auch noch einmal machen sogar zwei kann ich noch auch ja perfekt lady und jahren auch noch zwei aufmachen ja also wer im stream rene bist du online ich nicht ich nicht aber ich bin mal ganz auf karl gleich wieder sein jaja ich habe sie gesehen aber ich glaube ich gar nicht online ich habe vier schlüssel ja kann es kommen da kommen online ja ja man kriegt vom endboss genau razer kriegst du immer ein also ich habe auch noch vier tatsächlich ja perfekt naja vom einen den kriegst du willst jetzt keine mehr bekommen du wirst ja keiner mehr bekommen ich habe jetzt auch noch vier also ihn kriege ich ja noch also kann ich dann auch noch ja gut aber trotzdem hat der elister hat jetzt eine igel bekommen und jetzt somit macht einen platz jetzt das egal ja genau dann gehe ich raus dann danke ich euch gerne sehr gerne und hat geklappt hat ja finde ich klasse der ist vor freude weiß ja gar nicht was er sagen sagt ja richtig 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 nur blödsinn hat doch angst um sein bankkonto ja loomis zum beispiel der hat noch keine keine mitbekommen und dann noch es hat noch keine ja deswegen also ich kann das jetzt dann die gruppe alles klar und ja hat noch einen schönen abend und danke euch ja immer sehr sehr gerne sehr gerne dann bis die tage auf jeden fall alles ja loomis jetzt erst mal jetzt ist es mal der aber dran hier müsste reinspringen da seid ihr schon aus dem bade raus macht ihr meinem rauskommen neue gruppe bilden ich habe jetzt neu gestartet ja für den nächsten lauf ja können wir doch neu starten direkt von ja komm noch her und neu gruppieren das neu gruppieren weil jemand anderen dazu einladen wollen ja kann man noch mal ja na warte ich schnapp dich jetzt unten nicht schnabe leider sehe ich bist du aber bist du gar nicht online ich will heute eh nicht großartig frauchen hat heute geburtstag ja ist auch richtig so muss ja dann dementsprechend ja frau ich kann dann anfeuern was kann ich jetzt bitte checkpoint reisen und wie kann ich jetzt von ihr einladen dem ich dir das glied gebe zu hause muss er das immer ausziehen wie kann ich denn jetzt mehr agents finden hier warum sollte sie kein glied haben dann muss ich doch wenn sie kein glied hat kriegt sie doch keine gliederschmerzen wichtig ist dass man sich eingliedert ja unter gruppe 1 links und unter gruppe 2 rechts ja jawohl haben wir das geklärt schazam na genau so was ist jetzt hier los leute ja cvc muss ich raus halbe bewerbe ich noch den verzichten das schon wieder da so wie kann ich denn jetzt agents einladen ist auf sozial denn dann wird sein ich kann jetzt also bei mir steht hier auf mehr agents finden kann ich nur mit x und dann sucht da irgendwas was machst du nein ich kann nicht die typen an mich nein nein das ganze mal start und dann sozial ist und dann kann auch sein dass bei dir der reiter asoziales steht ich bin richtig mal über kochen jetzt gerade also ich gehe links nach vorne hana wird heute noch bahnbrücken 120 kilo deswegen ja so von daher genau leute fsk und ich versuche alles pg 13 zu halten das beste aber aber du musst recht mit uns mit den anderen mit dem blauen und nicht mit den grünen scheiß auf die grünen ich hab verschossen ich hab euch den ad die drei lassen ich hab euch den ad die drei lassen guckzeug 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 auto im auf die drohne schon ekelhafter so die anderen zu jetzt kommt vorne durch die tür motor als hatte ich hatte schlecht doch schon oder nicht das nur tarnung motor ist immer tarnung die community rastet ausgeht die ganze kohle aus was sie noch hat oder es gibt viel glitsch die tür geht nicht auf hast ein guter glitsch lass uns rein ich drücke euch durch da ist irgendwo noch ein sniper und die drohnen in division 1 konntest du in der sse wo ich mir sagen kann was der cover move konnte die schilder in der seite beim flugzeug das bestimmt eine drohne oder eine drohne frau aber wir drücken noch ein bisschen schuld der wien floh der wien so schreibt heli bag heli bag ihr habt da wahrscheinlich die jetzt nicht auf der erde ankommen lassen dann kann es sein ja alles ausgegeben ja den haben wir ja 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 kann den mensch bestätigen was ja ja dann muss man noch mal von vorne was dann noch mal der dicke war auf dem boden nenne die die anderen ich habe die einmal alle sterben dass sie hat ja hier stelle ich aus meinem was hast denn gemacht das ist dann ausgegeben wofür vierstellig selbstmord schweißen goldene snipe fehlt die kronos wollen achte schon mal weg muss einer am boden sein von mir gilt ich kann mich nicht ablegen granate glutschi 477 hat gerade mit 500 bits geschehen glutschi vielen vielen herzlichen dank dankeschön vielen dank für die 500 bittys vielen vielen dank dankeschön wahrscheinlich weiter für eine spezialisierung drin hast minigun ich will mich beobachten das ist das beste man im stream sagen kann es das beste man im stream sagen kannst leute ohne scheiß ich fühle mich beobachtet ich glaube ich habe paranoia ich immer mal rumdrehen mal gucken was ist los hier jetzt habe ich das problem ist kann mich nicht ablegen bin im kampf somit kann ich unterstehende und zusammen muss es eigentlich wenn du links steuerkreuz festhältst du zwischen den zwischen den granaten wechseln wenn du die falsche das kannst du auf die normalen rüber wechseln auf die granaten einfach im set gehen dann einfach die anderen auswählen linke linke steuerkreuz einfach feste wechseln schnell wechseln aber steht hier ausrüsten nicht das ist möglich bin im kampf dann trete doch aus und lass dich noch mal einladen das macht nichts dankeschön funktioniert ja dann ist das typisch nimmst du dir vor läuft alles glatt geht nicht klar auf jeden fall alle spezialen entschuldige die zerei wieder los hier ja ich glaube ich bin wieder nach vorne die anderen lassen ich versuche durchzukommen ja du kleine drecksau gar nichts gemacht junge nicht mit dir gesprochen du bist eine große drecksau ich bin die allergrößte ich schieße auf mich denn ich schieße auf mich nein danke jawohl an die blue group ist verlass blue group duft controller schläfst du schon im motor oder was duft controller duft controller was so liegs vorne ist fertig jetzt lasst du runterkommen bitte war gar da oben die tür auf kriegen nein war nicht einer ist eine luft gestorben habe ich genau gesehen ja einer aber die anderen waren da unten ne 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 die sind auch nicht mal runtergekommen glaube ich das war nur die dicke der runtergekommen ist ok dann red einmal neu stoppen oder ne gut läuft das war davor die trinker den dicken ziehen wieder die benen wie vorhin ja jawohl oder wie wird ich gehe wieder auf die mitte die mitte rückglück so burger donut 40 hat schuld du machst jetzt mal den zier zwanzig monate dacke schön und 249 hauter wieder rein macht no way was weiß was denn machen wir uns jetzt ich zieh mal mein dilemma an was für ein dilemma was für ein dilemma ich wollte grad sagen was für ein dilemma was für ein dilemma lämere 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 ich wollte der einzige mit dilemma set ja ach geht schon los ok ah schön dass wir drüber geredet haben ja ja also donut ist noch keiner weil es noch einer möchte oh 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 warum brauchst du ein brummer komm zu mir da wieder hin rennt wo ist er denn noch da ist bei mir ist bei mir der kommt äh ne ihr habt immer ihr habt immer ihr habt immer ihr habt immer gemacht mit der akku warte 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 gemacht ich hab akku jetzt hol dir das ist schön ruf 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 breit machen wie breit da machte da machte da machte da machte da mal ich das hören könnte aber ollie ist halt nicht da aufhane ich hab euch gerne das hörbar die hab normal hm bevor ich nicht mehr mit denen spielen muss erstmal was nö nö macht das licht aus der zieht die mir immer vors gesicht eifer ok der mensch war so irgendwas mal einfach machen aber nur akku und bist du da laufen die jetzt vom donut zum bürger ja ich mannig zu dir aber auch kontrolliert schön schießt doch schießt 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 Beste 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 schieße Alles Außerbärter alles Außerbärter Also da war ich Strang jetzt einfach ist fertig du hast immer noch ich habe das blatt hier von zehn nach vorne genau wird und muss reichen hier sehr gut überhitzt moment ich werde weg von der seite ja ich komme wieder ja moment achtung achtung damit alter irgendwie irgendwie oder gezerrt junge was macht ihr denn da jetzt stimmt es wenn man den eigenen rate abgeschlossen hat und die grünen blau sind das ist eine einstellung für farbenblindheit das hat nichts damit zu tun aber warte mal warte mal kurz ich bin direkt wieder da wer rennt weiter ist da durchgelaufen gerade negativ schule wir müssen noch schlüssel öffnen ja ich weiß ich weiß so cleveres bürschchen würde ich auch sagen interagieren kann ich noch ja könnt ihr probieren aber eigentlich ja ja ich guck mal ich oh ja wir haben es gut nicht mehr nein hinten ist nichts mehr stimmt ja müssen wir dann leider aber das ist ja gefunden ich habe ich auch noch schlüssel mal gucken ja guck mal selber aber ich kenne einer ist aber ich bin auch mitgelaufen ja ja aber schon ein paar jahre her ne paar jahre nicht ein bisschen länger so acht jahre aber mindestens kaum gezockt da ich mal so ein bisschen zeitlang schleifen lassen ja jetzt kommt bei der sommer ja das stimmt ein glück ja schlimmer so was machen wir jetzt von c auf hier hast du hast du jetzt geguckt gehabt ob das schlüssel hast momentos wollte das jetzt wieder so machen wie vorhin oder ja so wie auch gleich ja irgendwie durch wir mogeln uns durch schwimmen schlipperwetter ist so ja dass wir dann irgendwas bekommen selber knopf drei jetzt aber gleich war wie war das so klang bleibt hier ja früher ist klein war kann mich jemand von diesem wort befreiend der hat mir das anders einmal den die sie die hieler ist heftig ich bin hier haben wir zwei healer hier dann kann ich ja face to face mit den tanks gehen wenn wir zwei healer hier haben beide healer liegen und müssen warten wir haben bock auf papa dann wird jetzt von beiden hat rangenommen findest du es genau was so mein charakter jetzt aber aktivierten scheiß ich habe noch nie eine trocken gesehen hier normal von dem bus polnische vorbrille lange nichts gehört gesehen meine erste auto hat mir gegeben ja ja der bei allen kanälen das von allen kann ich ja also ich habe jetzt für handys zu stehen und hat sich geil aus wie ich selber nicht in der extrem sucht die bei pokémon go bis das so hier so ein ding wo vier handys dran sind wir haben schmeißen bis die fälle die kommt aus kroatien die habe ich in kroatien ja geil oder das ist der Hammer 20 telefon am fahrrad fragen sie alle kann mich schon wieder nicht umziehen ich kann es auch nicht umziehen ich kann es auch nicht umziehen ne wien auch ich kann wieder nicht also bei 25 minuten brauchen wir den Speed run machen ich auch ständig alle umziehen wollte ich hab kleiner an das ist äh chronisches chronisches fummeln nennt sich das wurde mir gestern auch unterstellt ja das wird irgendwann mal los wirst du dort so stoppt stopp hier bleiben Schlüssel bei Fuß heißt es ja bei Fuß hunderte oh der geht daneben da rennt rein, rennt durch alle ja jetzt kann ich mir wenigstens umziehen ach den hab ich schon mal zu ne so tschüss wie kommt's die rennt tatsächlich zu die zwei ne ich hab die schlüssel schon so shoot it in dem fahrstuhl oder wer klung das bei mir gerade durch zwieschlossene türen gegangen kann es einfach durchgelaufen durch die presspappe ja ihr könnt zaubern ich bin ja ne geht gut oh 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 holen ich stehe da so das erste eine frage aber auf was für eine schwierigkeitsgrad hast du die map ich hab jetzt mal auf normaler der direktiv ausgemacht also auch noch mal ja auch erst fertig alles glückliche danke niemand lieber schönen arbeit und danke dir für den support ja künftig verabschieden ich will selber auch noch ein bisschen zocken viel späßchen und späßchen beim dadeln und vielen dank für den support dankeschön vielen 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 dank ich will machen die lucy der rest macht bar die ja hoffen die glückte ja ja ich wusste freundlich weil kind schießen soll das wusste ich einfach auch beide geschossen einfach auf beide geschossen abwechseln wo der mich gefehlt hat ja ich tatsächlich auch ja vom ziehen klar kennt man das eigentlich aber natürlich wenn jetzt lucy woanders hinläuft ist natürlich behindert wer hat überhaupt in der oxy drinnen noch nein ok aber ja immer gleich wieder einschläge da kopf runter kopf runter jetzt durfte als wären wir als wären wir als wenn wir von der halben stelle gewesen früher war alles besser bestimmte sachen ich bleibe hier draußen neben zwei innen mit bogen und macht da den jammer und dann ihr grüft euch ein ja einen schönen guten abend alles zusammen moin tommy na alles gut mit meinem besten kumpeln hört müssen nur aufpassen dass der controller nicht wieder leer geht der ständige kabel erst der drei in von euch aber an dem hals der granate weder mache ich drei mit granate und wer ist jetzt 44 in benötigt ab abhauen nein dass er wieder da aber die vier erinnern müsste ich muss aber für die für den ding jetzt einmal arbeiten also ich habe jetzt zerstörungsexperte drin ach ihr tut nur seit dass du dienst tauschen in der welt sind nur noch die die vier offen doch ich gehöre noch die 1 die 1 ist ja wer 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 auf die 1 was war das vorhin gerade alles gut dann aber dir ja weil alles gut die trinken danke dir ich würde wieder ganz gerne wenn wir nach außen gehen ja es bleibt die 1 in wir macht das abwaschen das klang eher wie mikrowelle die 1 so jetzt müssen aber zusehen der mikrowelle kommen doch zu sehen oder 1 innen ist ein bisschen durch hat es dann ja in der ad dran die haben gerade 8 25 zuschauer was hier in schildern bolzen oder was weiß ich nicht also eigentlich innen war eine granate ich bin drei in granate wer ist hier innen du warst eben für ihn ja aber war doch nicht davor jemand wollte im tausch stattfinden ist egal ich kann ich kann bolzen spielen immer noch alles gut dann wäre gut wenn jetzt inner ist der der bolzen hat und inner der spiel weiter bolzen sie gehabt dann bleiben wir alle so wie wir waren einfach fertig moin denn nur dass ich den german ja ja du spielst den gemma dann ich brauche ich brauche bolzen ich habe keine wozu die heilung wenn wir weiten ich habe keine wozu keine bolzen er kennt kann er doch aufschießen ich rauch doch gar nicht kann sie mich erschießen jetzt bitte bitte schießen mich ich warte auf den tod der gruppe los kommen mich doch mal hier legt alle um erschossen ach hab ich glaube ab morgen jetzt war erstmal ruhetag vom zocken alle mit der glöckner von der zutam der nerd der beglücklichen dichter ja wer wohl die hässliche Seite von mir ich hab mich ja hoffen da draufgelegt naja wer hat dann noch den wiederbeleber drinnen gehabt geil direkt abgebrochen jetzt wünschen wir uns dass die jungs auch die möglichkeit bekommen denn ja den adlerin den adlerin der teils einfach das maul wenn nicht muss ich mir wieder rum cola trinken und cola bin ich dabei oh ja lecker so jetzt schießt man aber die erzweck na komm ist versteckt sich da noch ja jetzt habe ich gesehen auf na abend scale na ist gut das ist schon mal gut ich habe meine frage bekomme ich die verzögerung beim stream auf der ps5 weg inwiefern verzögerung da war schon jemand im kreis drin ok deswegen du hast wenn du selbst streamst bei 1 von 3 hast du das was die leute im stream sehen hast du immer eine verzögerung auf twitch sowieso auf youtube ist es ein bisschen bisschen besser um es auf twitch weg zu kriegen brauchst du mindestens mal den partner status aber ist alleine achten drin wir wissen nicht auf 1 aber machst du mit der renne machst du granate reinschmeißen bitte ja wir haben ja einen zu viel auf der sache auf jeden fall einer ist rausgegangen so alle wieder raus also erstmal den dicken abwarten ja alle spielen an den stellen wie sie vorher gespielt haben wie ich hab doch gar gesagt spiel 1 und ja naja vorhin war ich auch der einzige der so entschieden hat so ist nicht durchgedrungen also die 2 ist gleich wiederholt worden so ja komm du bist der beste verpiss dich danke so drei außen nicht der black das war das naja so jetzt nur noch den dicken champion abwarten shoot sehr dicke mache ich nicht habe ich kein vertrag mit hat mir schaden gegeben so kreisläufer bereit wir gehen rein in 3 2 1 und 3 meinst du aber jetzt meinst du jetzt tommy beim zuschauen ne weil dann wirst du wie gesagt mit verändern können in welcher taktik machen wir in eurer taktik 1 4 macht jetzt schaden und wir gehen dann auch zügig wieder rein 80 ja umso weniger jetzt haben wir wollte nicht drin doch das ist doch das ist doch das ist doch ich bin das ist doch bewegen einer liegt sich über drei okay wir gehen wieder rein in 321 und rein kreisläufe rein immer gern tommy ich bin konzentriert ich bin nicht 80 ja wenn er so kristen dass er grüßig ist wenn er so sein soll wenn er so kommen wird so toll aber irgendwo ist einer raus eines keiner raus zu spät rein bei uns so warten auf den dicken dann erstmal abwarten die komplette dicken ja gerade bei 3 das gut ich mache ich habe ich habe was würdest du dich für die wischen drei wünschen dass es kommt das ist man muss es mal kommen also erst mal musste wir schon da erst mal kommen bevor die wischen drei kommt wird das mal hartland kommen das ist so wie angekündigt ist angekündigt hat seit vier jahren schon angekündigt mit ganz ist eine kohle war das nicht 20 das auch vor der dicke ja wie es wäre bereit machen ja 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 zwei leute bei die braun noch die adler manchmal schönes ründchen grüßig ist immer dafür ein follower direkt angepasst passiert hier aber nicht wir müssen nicht mal beim nächsten mal mit haaren machen was macht er jetzt wir machen nur hier vorbereiten jetzt vorne wird vorbereitet 1 und 4 vorbereiten ja okay minimal stehen lassen hier rechts ok so kreisläufer bereit machen wir gehen 1 2 1 und französisch gut war das erste april video vom charles ja ja ist richtig da ist überhaupt nichts dran ist überhaupt witzig richtig will ich hab so gelacht am besten haben die mit am besten haben die 30.000 klicks gefallen die waren richtig witzig ja geil sie war richtig geiler jogger 80 nächstes mal mache ich auch einen jogg zwischen 3b alpha spielen dürften dürfen zeigen wir gucken wieviel klicks dann kommen jetzt was mache ich jetzt was machen wir jetzt macht 1 schärten ok links ist eine platte mit 2 stehen lassen achtung versetzt was ich jetzt schon gesehen habe 170 euro war das jetzt für star wars game wir haben sie nicht mehr alle die sind geist ich bin dann 70 euro für die ich habe ich habe ja ich habe gesagt wenn das eine kollektors werden wurde was in der hand hast eine geile statu oder sonst immer zum stellen aber so trotzdem auf oder dick auf 2 auf die dicke irgendwo ich bin bereit wir gehen rein in 321 und rein durch alle drin ja 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 du sowieso war ok 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 und jetzt nur noch hinten habt ihr vorbereitet ja das nur noch ein bisschen ich hab in die ecken ich hab in die ecken wir veraktiviert für 20 wenn man die ganzen bachs gehoben hat das ist ich hab in die ecken ich hab in die ecken er ist gut die jungs die kurve gekriegt hat er ja war so geplant schutzvolle lide gegen 11 prozent fuck you division fuck you wirklich ich werde ihn nie kriegen ich sag euch ohne scheiß und die letzte abendshandlung die letzte abendshandlung mission 3 kommt weißt du hat schon geließe darum hat schon die 170er collectors ultimate edition vorbestellt und dann im letzten atemzug gibt es dann die erste 13 der schutzvolle lide und dann sagte ja bis jetzt kein einzigen gericht über fünf jahren ich dachte gerade echt genau wie die kamelie ich hatte die kamelie noch nicht das ist ja so weit gut ist genug wie fehlt ja ein schlüssel weil er nicht aufgemacht es gibt da jemanden ich muss dann nur und hane haben den sich auch vorgenommen auf twitter es gibt da jemanden der echt sagt die wer so die wer die schlechteste exo gar keine ahnung vom spiel dann kamelie und wenn alle kamelie und wenn alle stecks oben sind eine der stärksten waffen ganzes spiel als der absurde hammer ich habe auch keine ich habe mir bei mir bei mir ist bei der obo ist beim ersten mal gleichgekommen ja die die muss man glück haben nenne ich habe so 213 ich habe leider auch keine gekriegt wieder mal auf jeden fall die dilemma brust hat man noch jemanden schlüssel über habe ihn über vierte ich bin zwei komplett wird mir komplett reichen also denke ich hätte halt für ungesehene blauen muss ich versuche es zu gucken aber manchmal manchmal geht ja schnell dabei waren das werden wir noch mal wiederholen gerne gerne erst mal danke noch mal den steil auch kein ding letzten lauf hatte ich gleich zweimal die august ja siehst du so ist das mit dingen mit dem eigenen lud glück das ist halt ich krass ich wünsche mal einen schönen abend hoppel schlaf gut naja ich muss auch morgen früh um zehn vor sechs wieder raus aber eine eine haben wir bekommen und auf jeden fall so schön gewiss hat noch mehr raus gezogen und mehr leute durchgezogen aus der kiste hast du zehn prozent wenn man noch leute zusammen grüß vielen vielen dank mal lieber wie viel dank für zwei jahre ja auch für mich auch von euch vielen dank nochmal ja ich auch war mega nice gerne mal gerne wieder ich habe es gemacht war sehr lustig ja 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 ja